Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum weiteren CSGO Skin Giveaway hier auf YouTube. Es gibt die P250's See You Later Alligator, wie man rankommt, so wie immer und zwar mit Aktivität. Ihr seid hier auf diesem YouTube-Kanal aktiv, das heißt ihr schaut in die Videos rein, beziehungsweise schaut sie an. Ihr kommentiert, wenn ihr wollt, könnt ihr liken oder disliken und das ist der Hauptteil. Boom. Schon seid ihr mit von der Partie. Bonus-Punkle kann man sich auch snacken und zwar auf zwei Arten. Erstens, man kann in die Livestreams kommen, da ist heute Abend auch wieder einer. Um 18 Uhr geht's los, das ist sogar gleich jetzt. Tatsächlich jetzt gleich, in ein paar Minuten. Die Streams finden jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr statt und jeden Freitag ab 22 Uhr. In den Streams gibt es auch jedes Mal Giveaways, an denen jeder teilnehmen kann, also heute Abend auch wieder. Das ist also der erste Bonuspunkt, auch aktiv auf Twitch sein. Und der zweite Bonuspunkt ist ein ganz neuer. Und zwar haben diese Giveaways auf YouTube hier ja meistens so einen Abstand von einer Woche oder vielleicht sogar von zwei Wochen, wenn eines fertig ist und das nächste beginnt. Das heißt, es gibt eine Woche oder zwei Wochen ohne aktives Giveaway. Alle Leute, die durch ein Giveaway zu uns kommen und aktiv werden und nach dem Giveaway, auch wenn sie nicht gewonnen haben, einfach weiter aktiv sind und dann kommt das nächste und dann sind sie immer noch aktiv, die haben dann auch nochmal einen Bonuspunkt. Im Umkehrschluss werden natürlich die, die für die Laufzeit eines Giveaways aktiv sind und dann weg sind und genau wieder zum nächsten Giveaway zufällig wieder aktiv werden, dann eher ein Minuspunkt. Also sprich, Langzeitaktivität zahlt sich aus. Die kommenden Tage werden auch wieder die Macht Spaß Videos starten und generell eben spezielle Videos. Jetzt die Woche, ich weiß, war wieder ziemlich vollgestoff mit CSGO, aber über das Jahr soll sich einiges tun in Sachen Content und wirklich sehr viel frischer Kram reinkommen, beziehungsweise eben nicht CSGO-Content. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Natürlich gibt es in den Streams und auch hier auf dem Kanal sonst noch nach wie vor CSGO-Content. Keine Sorge, das alles kann ich dank meinen ganzen Helferlein jetzt noch viel besser und viel effektiver angehen und da sticht vor allem einer speziell für YouTube heraus und zwar Adrian. Denn er schneidet ab jetzt die Matchmaking-Videos. Das letzte Video, das nächste Video und auch die darauffolgenden Matchmaking-Videos sind von ihm geschnitten. Ich nehme die auf, sage vielleicht irgendeine Kleinigkeit oder sowas, was mir gefallen würde, was ich an irgendeiner Stelle gerne hätte und Idris schneidet dann das ganze Ding. Und dadurch kann ich mich jetzt dann eben auch wieder weiter und stärker vor allem auf Macht-Spaß-Videos, auf Unboxings, auf draußen rumrennen, auf Motorrad fahren, auf Schokolade machen, Videos verstärken. Also eben die typischen Dummbabla-Dinger, kochen mit der Katze und sowas. Das wird sweet! Somit ist das Video jetzt zu Ende. Ihr könnt euch die Waffe noch einmal anschauen. So im Ganzen, so sieht sie aus. Sie ist, glaube ich, in Minimaware. Leckeres Teilchen. Das Gifuwe läuft zehn Tage lang. Und nach diesen zehn Tagen wird dann von mir ein Gewinner angesagt in einem Video. Also schön zuhören. Und diesen Gewinner bitte ich dann immer, sich einfach unter dem Video kurz zu melden. So nach dem Motto, hey, wow, ich habe gewonnen. Ich habe es mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Und dann sage ich, alles klar, er weiß jetzt, dass er gewonnen hat. Und dann frage ich nach einem Trade-Link. Hier unter dieses Video keine Trade-Links, bitte. Abonnieren müsst ihr nicht. Macht es, wenn ihr wollt. Natürlich, wenn euch der Content gefällt oder ihr erinnert werden wollt, wenn ein neues Video kommt, dann macht es. Aber dann achtet bitte auch auf die Glocke, dass ihr diese Glocke gescheit aktiviert habt. Nur abonnieren ist für die Katz. Aber für das Gifuwe muss man nicht abonnieren. Man kann auch als reiner Zuschauer ohne Abonnement gewinnen. Gut, gut, dann sehen wir uns gleich im Livestream. Haut rein, Kartoffelwurst.